Moin Moin, um diese Halloween Lichterketten soll es einmal gehen. Das Ganze wird ganz simpel per Batteriefach betrieben. Ich habe das jetzt noch nicht angebracht. Halloween ist noch ein bisschen hin, aber trotzdem für meine Klasse als Vorbereitung. Das Ganze kommt noch mit Fledermäusen und Kürbissen und kleinen Geistern. Also vier Ketten insgesamt. Und ich würde einfach hier einmal das zeigen, wie das Ganze aussieht. Man sieht hier, das Ganze ist kein Hartplastik. Das ist relativ weich. Das ist ganz schön. Dadurch ist es ein bisschen weniger schwierig, dass es kaputt geht. Also denke ich, dass es dann ein bisschen länger hält. Und hier haben wir unterschiedlichen Modus. Wir haben einmal den vollen Modus. Da läuft das Ganze einfach nur, hat diesen leicht liedernden Effekt, den ich ganz hübsch finde. Und alternativ können wir natürlich auch in diesen Flash Modus wechseln. Und im Endeffekt ist es dann auch schon der Trick. Viel mehr dazu gibt es gar nicht zu sagen. Aber ja, im Endeffekt, ich bin damit sehr zufrieden und glücklich und werde ein Update geben, falls es irgendwas gibt, was sich an der Qualität noch ändern sollte.